Ja, Newsflash! Wir sind hier mit einer neuen Ausgabe Newsflash. Ja, ich weiß, ich bin blond, ich rede gleich drüber, alles gut. Wir haben wieder einen Rückblick aufs Donnerstagspiel. Ich gebe euch einen kleinen Einblick in den Verletzten-Report, was auch immer. Ich habe College-Spiele, die ich euch vorschlagen kann und wir haben natürlich auch sonst noch News. Also vollgepackter Newsflash. Wie immer, wer hat Bock drauf? Lasst ein Like da, wir gehen direkt rein. Ich sage, wir gehen direkt rein, das war komplett eine Lüge. Ich habe eine Wette verloren. Also ich habe das jetzt nicht gemacht, um gut auszusehen. Ich weiß auch, dass es ein bisschen zu gelblich noch ist, ein bisschen zu sehr Naruto. Eventuell wird es die Tage irgendwann noch mal ein bisschen heller. Das kommt darauf an, ob ich noch mal genug Geduld und Bock habe, da was dran zu machen. Wenn nicht, dann ist es halt so. Irgendwann ist es wieder dunkel, ich habe kurze Haare, das wird nicht sehr lange da sein. Wie gesagt, ein Video zu der Wette kommt eventuell die Tage auf Easy Money. Ich habe halt gegen Easy Money die Wette verloren. Also ja, nervt ihn, warum ich jetzt blond bin, wenn ihr wissen wollt, warum. Wenn überhaupt, dann kommt ein Video auf seinem Kanal. Lasst mich wissen, wie ich jetzt aussehe. Ich habe schon gehört, der blonde Ted Mosby. Ich habe gehört, wenn man Eminem auf Wish bestellt, haben wir wahrscheinlich noch gehört, aber das weiß ich nicht mehr genau. Okay, straight, wir nähern uns der Trade-Deadline. Und bevor wir über zwei Trades reden, die tatsächlich passiert sind, ich habe die letzten Wochen immer die Trades vergessen, deswegen habe ich es diesmal am Anfang gepackt, John Ross hat gesagt, jetzt auch auf Twitter öffentlich, ist kein Geheimnis, dass ich getradet werden möchte. Ich bin noch ein bisschen aus Atem von eben. Ist kein Geheimnis, dass ich getradet werden möchte. Er wird halt auch kaum benutzt in der Offense. So, Woche 1 war es noch sehr viel. Ich glaube, über 50 Snaps und danach, in den ganzen Wochen danach, nur noch 29 Snaps gesammelt insgesamt. Ich glaube, zwei Wochen war er krank. Aber im letzten Spiel, wo er anscheinend komplett Wirt war, hat er nur einen Snap gehabt. Das Ding ist, er hat selber geschrieben, hey, ich bin gesund, ich bin heiß drauf, ich will spielen, also, hey, tradet mich ruhig. Und ich denke, das wäre das Beste für alle Beteiligten, denn ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht mehr funktionieren in Cincy, aber die Geschwindigkeit, die er hat, die er letztendlich auch dafür gesorgt hat, dass er ein First-Round-Pick war, wird auch irgendwem noch, keine Ahnung, einen Fünftrunden-Pick-Up verlangen oder so. Und das ist besser als gar nichts. Ich habe ein paar Teams aufgeschrieben, wo ich denke, er könnte ganz gut hinpassen. Wenn ihr andere Vorschläge habt, dann lasst ihn mir gerne da. Packers wären natürlich eklig für mich, aber ich denke, wenn jemand was aus ihm rausholt, dann Aaron Rodgers. Und das wäre mir an Packers Stelle auch definitiv ein Fünftrunden-Pick wert. Einfach das eventuelle Potenzial mit den beiden Chargers, Saints und Eagles sind die Teams, die ich noch aufgeschrieben habe. Aber wie gesagt, lasst mich gerne wissen, falls ihr noch ein anderes Team habt. Eben noch gesagt, jetzt habe ich komplett vergessen, über das Donnerstagsspiel zu reden. Deswegen ein ganz, ganz kurzer Rückblick. Für die Panthers natürlich ärgerlich, aber für mich cool, weil ich auf die Falcons getippt habe. Und ich sage es immer wieder, jeder Sieg ist nur ein Bonus-Sieg für die Panthers. Niemand rechnet wirklich ernsthaft oder niemand erwartet wirklich ernsthaft, dass sie dieses Jahr in die Playoffs kommen. Brian Burns ist geisteskrank, selbst wenn die Stats es nicht so wirklich gezeigt haben. Jeremy Chin ist richtig, richtig gut. Der Rick Brown ist richtig gut. Super Zukunft. Curtis Samuel hat ein Breakout-Game gehabt. Mal wieder bei den Falcons. Matt Ryan manchmal ein bisschen panickt, zu schnell. Julio Jones ist krass. Und seit Raheem Morris da, Interims-Head-Coach ist, gefallen mir die Blitz-Packages richtig gut bei den Falcons. Carlos Dunlap ist zu den Seahawks gegangen, kurz nachdem Averson Griffin zu den Lions gegangen ist. Beide per Trade. Beide finde ich wirklich viel. Lions war conditional 6th-Round-Pick, der eventuell ein 5-Runden-Pick werden kann. Ich habe aber die Konditionen nicht gesehen. Man weiß sie nicht. Also es könnte zum Beispiel sein, es wird ein 5-Runden-Pick, falls die Lions die Playoffs schaffen. Oder falls er mindestens 5 Spiele startet oder so ein Quatsch. Aber ja, das ist halt auf der einen Seite ein guter Move von den Seahawks, weil die im Win-Now-Modus sind. Und auf der anderen Seite ist es ein relativ logischer Move von den Lions, weil sie im Win-Now-or-Get-Fired-Modus sind. Denn wenn dieses Jahr keine Playoffs sind, dann ist halt Patricia weg, Bob Quinn ist weg. Ziemlich sicher. Und deswegen kann man da auch gut und gerne nochmal was raushauen. Denn im besten Fall hilft es einem dazu, in die Playoffs zu kommen und den Job zu behalten. Und im schlimmsten Fall hast du halt einen Draft-Pick für den nächsten GM und den nächsten Head-Coach verhauen. So, das juckt er dann auch nicht mehr wirklich. Also bei beiden Sachen clevere Moves. Dass die Bengals Carlos Dunlap weggegeben haben, verstehe ich nicht wirklich. Dass die Cowboys Averson Griffin weggegeben haben, verstehe ich. Die Cowboys werden wohl in ihr Spiel am Wochenende gehen. Oder beziehungsweise in ihr Primetime-Spiel sogar am Wochenende gehen. Mit Quarterback Ben DiNucci als Starter. So, sieben-Runden-Pick dieses Jahr. Aus einem echt kleinen College auch noch dazu. Aber Andy Deuton ist halt nach wie vor im Concussion-Protocol. Wird also höchstwahrscheinlich nicht starten. Beziehungsweise nicht spielen können überhaupt. Das wird sich für euch heute im Laufe des Tages rausstellen. Also Samstag. Aber, ja, I don't know. Ich denke, Ben DiNucci wird starten. Ich hoffe, er wird durchspielen. Klopp auf Holz. Nicht, dass er sich auch noch verletzt. Ich denke, er wird kein sonderlich gutes Spiel haben. So, er meinte halt selber in dem Interview, ja, Football ist Football. Und ich habe seit ich siebte Klasse bin Football gespielt. Aber ich gehe nicht davon aus, dass er in der siebten Klasse gegen Brandon Graham und Fletcher Cox gespielt hat. Deswegen, mal gucken. Russell Wilson und seine Frau haben 1,75 Milliarden US-Dollar, Milliarden, oh mein Gott, Millionen, Entschuldigung, my bad, US-Dollar gespendet an eine Charter School. Also, es ist schwer. Das ist eine politische und öffentliche Schule, aber in privater Trägerschaft. Also, die Schule kann quasi auch sich aussuchen, wer hingeht in gewissen Maßen. Die sind nicht an ein Curriculum gebunden, also an einen Lehrplan. Die können ihn selber entwerfen und sowas. Sie haben gesagt, es ist eine nicht-politische Entscheidung. Und das ist übrigens, weil ich Leute gesehen habe, die gesagt haben, oh, Russell Wilson hat eine Schule gebaut. Oder es ist eigentlich nicht so. Die Schule ist schon da, sie haben da Geld hingespendet. Und deswegen wird die Schule jetzt nach der Akademie benannt. Why not you? Oder so heißt sie, glaube ich. Und ja, ich weiß auch, dass Russell Wilsons Frau nicht nur seine Frau ist, sondern dass sie selber eine Karriere hat als Sängerin oder so. Aber ich kenne die halt wirklich nicht. Ich weiß nicht mal, ob sie Chiara heißt, Chiara, Siara, I don't know. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Deswegen habe ich einfach gesagt, Russell ist eine Frau. Also, es hat jetzt hier nichts mit Chauvinismus zu tun. Das war einfach, ja. Das Ding ist, man kann es politisieren, wenn man will. Weil gerade zur Zeit die, ich werde jetzt nicht zu politisch werden, aber wen es interessiert, die Demokraten in den USA sehr gegen diese Privatisierung des Schulsektors sind. Unter Trump und Betsy DeVos. Und deswegen, wenn es politisch ist, dann eher Richtung Republikaner, eher Richtung Trump, eher aus meiner Sicht Richtung uncool. Aber sie meinen halt beide wirklich bewusst, es ist nicht politisch und wir haben halt einfach das Geld an die Schule gegeben. Und das ist eine Schule, die sich einsetzt für Förderung von nicht-weißen Schülern. Und deswegen, das ist dann halt vermutlich wieder eher progressiv. Also, nicht wirklich republikanisch. Deswegen, ich denke wirklich, das hat nichts mit Politik zu tun. Auf der anderen Seite, Ramsey, Ramsey Wilson, Alter, was ist los mit mir heute? Jan Ramsey hat eine Million gespendet. Man liest manchmal pledged to donate one million. Und das Ding ist, er spendet dann nicht direkt eine Million, sondern er sagt, ey, ich werde eine Million spenden. Das musst du aber nicht direkt machen, das musst du nicht in einem Rutsch machen. Das heißt, er kann ja zum Beispiel sagen, ja, jedes Jahr 100.000 für 10 Jahre oder so. Letztendlich, das Geld kommt da hin. Es ist nun nicht das Gleiche, wie wenn jemand eine Million auf einen Schlag spendet. Und er hat es gegeben an die Purpose Preparatory School in Nashville. Also, es ist ein System, was quasi unterprivilegierte Schüler darauf vorbereitet, eine bessere Bildung zu kriegen. Also, es ist auch eher Richtung Afro-Americans. Auf jeden Fall, wie gesagt, diese unterprivilegierten Leute, dass die mehr Förderung kriegen, damit jeder das gleiche Recht hat oder ein ähnliches Recht wenigstens auf die gleiche Bildung. Und da ist diese Purpose Prep anerkannt als eine der top-performenden Unternehmen, Schulen, Organisationen, was auch immer, für unterprivilegierte Schüler. Deswegen super Spende von beiden Parteien. Also, sowohl Russell Wilson und Chiara, Chiara, Ciara und Jen Ramsey. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Injuries. Ich habe mich diesmal dazu entschieden, mehr darauf zu achten, was die wichtigen Spiele sind und nicht so sehr, welches Teams besonders hart getroffen hat. Auch wenn wir hier zwei Teams dabei haben, die wirklich sehr doll getroffen worden sind. Wir gucken zuerst bei den Steelers rein. Defensive Tackle Chris Wormley, Linebacker Ulysses Gilbert und Safety Jordan Dangerfield werden alle nicht spielen. Die sind definitiv out. Noch dazu Cornerback Mike Hilton und Fullback Derek Carr, questionable. Ich muss mich sehr konzentrieren, um gerade nicht aus Versehen TJ Watt zu sagen. Habe ich Derek Carr gesagt? Ich glaube, ich habe Derek Carr gesagt, wa? Das ist nämlich das Ding. Ich habe die ganze Zeit beim Aufschreiben gedacht, aber bestimmt sage ich TJ Watt. Dann habe ich mich so sehr auf das Derek konzentriert von Derek Watt, dass ich, glaube ich, gerade Derek Carr gesagt habe. Fullback Derek Carr. Ja, Fullback Derek Watt auf jeden Fall questionable zusammen mit Cornerback Mike Hilton. Bei den Ravens ist Mark Ingram doubtful. Die Stufe zwischen questionable und out. Ich erkläre es jedes Mal wieder. Zusätzlich dazu Cornerback Jimmy Smith und Linebacker Anthony Levine. Levine vermutlich, questionable. Ich bin mir bei der Schreibweise L-E-V-I-N-E nie sicher, wie man es spricht, weil es ja auch verschiedene Varianten gibt. Das nervt mich ein bisschen. Bei den 49ers, die sind dick getroffen. Ist Debo Samuel und Jeff Wilson, die sind beide out. Also Leading Receiver und der Running Back, der letzte Woche ein kleines Breakout-Gamer hatte. Dann zusätzlich dazu noch Wide Receiver Richie James, Safety Jaquaski-Tart und Linebacker Quan Alexander doubtful. Moment mal. Zusätzlich dazu ist noch ein Backup O-Liner questionable und noch irgendjemand. Aber da gab es verschiedene Berichte. Ich habe auch zwei verschiedene Versionen gesehen. Einmal war Jaquaski-Tart doubtful, einmal war er questionable. Ist letztendlich relativ egal. Ich gehe nicht davon aus, dass er spielt. Aber falls ihr 49ers seid, dann guckt auf jeden Fall, dass ihr mehrere Injury-Reports reinkriegt. Oder vielleicht sogar, dass ihr den offiziellen vom Team findet. Denn da wird es euch definitiv richtig gesagt werden. Bei den Seahawks ist Shaquille Griffin, Cornerback, definitiv raus. Noch dazu sind Running Back Carlos Hyde, Garten Mikey Pardi und Safety Hugo Amadi doubtful. Das heißt, sie werden höchstwahrscheinlich nicht spielen. Und dann fünf Leute questionable, darunter Star Safety Jamal Adams. Also vor den Niners in einem wichtigen Spiel auch Injury-Plagued. Wir gucken uns College-Spiele an. Wir haben jetzt nicht die absoluten Kracher. Aber das liegt zum Beispiel daran, dass Michigan State letzte Woche verloren hat. Und Michigan sehr gut aussah. Deswegen habe ich das nicht mit reingenommen, obwohl es ein Rivalry-Game ist. Einfach weil Michigan 21 Punkte Favorit ist oder sowas. Wir gucken einfach mal direkt rein. Denkt dran, das ist heute und das ist der letzte Tag vor der Zeitumstellung bei den Amis. Danach sind wieder die normalen Zeiten. Also Samstag, Football, 19 Uhr und so weiter. Aber dadurch, dass die Zeitumstellung noch nicht war, ist ja auch die ganze College-Football-Zeit für uns sozusagen noch eine Stunde vor. Deswegen geht es mit den ersten Spielen los um fünf. Da spielt direkt Memphis gegen Nummer sieben Cincinnati. Cincinnati hier sechseinhalb Punkte Favorit. Memphis erst eine Niederlage, beide in der gleichen Conference. Also das könnte ein sehr spannendes Spiel sein. Gleichzeitig spielt auch Nummer 16 Kansas State gegen West Virginia ohne Rang. Trotzdem West Virginia hier fünf Punkte Favorit. Dann um 21 Uhr spielt Texas gegen Nummer 6 Oklahoma State. Trotzdem Oklahoma State nur dreieinhalb Punkte Favorit, obwohl die Nummer 6 im Land sind. Das wird ein wichtiges Spiel. Und dann um 0.30 Uhr spielt Nummer 3 Ohio State gegen Nummer 18 Penn State. Ohio State hier zehneinhalb Punkte Favorit. Aber Penn State wird vermutlich richtig genervt sein von der Niederlage. Letzte Woche gegen Indiana haben wir auch drüber geredet. Also das kann Ohio State auf jeden Fall nicht einfach so im Vorbeigehen mitnehmen. Die müssen sich schon sehr konzentrieren. Wie immer sind wir bei der Stelle angelangt, wo ich mich bei all meinen Mitgliedern bedanke. Generell natürlich, wenn ihr die Videos guckt, wenn ihr Likes da lasst, wenn ihr kommentiert und sowas, weiß ich sehr zu schätzen. Dann die Stufe drüber, wenn ihr Mitglied seid bei mir, weiß ich noch mehr zu schätzen. Und am allermeisten weiß ich natürlich zu schätzen, wenn ihr Mitglied seid im aller, allerhöchsten Level. Vorteil, da ist eine namentliche Erwähnung, damit auch die anderen wissen, falls ihr euch in den Kommentaren sehen, dass ihr ein super Unterstützer seid. So, deswegen, gehen wir mal rein. Jax, Nation, Austria, ich glaube dahinter stand Hashtag Fail for Fields, ich bin mir nicht ganz sicher. Max Ambitious, Stefan Grunder, CD Chris, Marcel Goffert, Jonas Eberle, GGT, Aka, Lukas, Sven, Jamin, Jackson, Sven, TJ, Ryan, Leon, Schulz, Nacho, Mariano, Pausen, Channel, Levin, Faust, Nikolas, Schradius, Marcel, Jets, Ami, Raphael, Legende, Window 2, Yankee, Tango, Axel, Patrick Schneider, Tobias Mangold, Jakob, Seahox, Mirko, Christian Rieger, Legende, Gordon Sport, It's Pretty Ass und Hannes Walder. Dickes Shoutout an alle von euch, vielen Dank für euren Support. Alles klar, das war es diese Woche mit der Ausgabe, mit der ersten blonden Ausgabe, mit dem ersten blonden Video. I don't know, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat, wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!